Mein Sohn im Vergleich zu mir. Mein dreijähriger Sohn beginnt mit der linken Seite, zeichnet hochmotiviertes Auge. Dann mit ein Stück Papier verblendet ihr die ganze Bleistiftstriche und dann macht ihr die Augenbrauen. Und ein paar süße Tiere dürfen auf jeden Fall nicht fehlen. Und dann mit einem dunklen Stift macht ihr noch ein bisschen Schatten. Ich war schon ein bisschen nervös und dachte mir, wow, hoffentlich übermalt ihr nicht auf einmal alles. Aber dann hat ihr mit sehr viel Mühe noch die Wimpern gemacht. Und im nächsten Video mal ich die rechte Seite.